Hallo und herzlich willkommen zurück bei einem weiteren kleinen Ründchen. Ähm, du siehst! Mist! So, äh, ja, Entschuldigung, heute ohne Cam, ich war faul. Ich war einfach, ich war, ich war faul, ich hab mich nicht, ich seh aus, ich schlumi. Heute ist, es ist gerade und dann hab ich da auch und dann hat man mal gesehen, dass ich nicht und dann hab ich verzichtet. Naja, nur dass ihr, dass ihr Bescheid weiß, ich wollte das hier umfassend kommunizieren, gerade eben. Ähm, ja, es, äh, es, äh... Es ist tatsächlich ein bisschen traurig, ja, es ist ein bisschen traurig, heute, während ich aufnehme, ist heute... Heute ist gestern quasi, also ne, also wenn diese Folge kommt, müsste eigentlich gestern gewesen sein. Warte, es ist immer gestern gewesen, wenn eine Folge kommt. Es gab immer ein gestern. Ne, aber es, äh, heute ist Halloween quasi. Ja, und, äh, ich hab nicht mal ne, ich hab nicht mal ne pupige Verkleidung und gar nichts. Die paar ins Stream gerade, hat sich verkleidet. Ich hab aber, ich hab aber ne, ne gute Idee für Verkleidung, aber dafür ist es dann zu spät. Das, äh, immer das Schönste. Ja, also theoretisch wär ich jetzt verkleidet in der Praxis, äh, leider nicht geschafft. Aber ich hatte überlegt, ob ich vielleicht die Gelegenheit dann nutze und das nachhole. Und dann vielleicht mal, äh, den Andi frage, ob der davon vielleicht auch mal zwei, drei Fotos macht, weil ich glaube, das wär ganz lustig. So, in, in diesem Fall. So, lalalalala. So, gut. Darf mal abgesehen. Es ist Halloween und, äh, weil die Woche sehr, die Woche war sehr dicht wieder. Sehr viel zu tun und irgendwie nix hat mit Aufnahmen zu tun, sondern immer nur irgendein gekrepelt nebenbei. Wie, wir haben ja, äh, wir haben ja letzten Freitag den neuen Shop unter anderem gestartet. Äh, der ist uns einfach um die Ohren geflogen. Nicht auf technischer Seite, sondern einfach, der wurde einfach komplett überrannt. Mit einer Stampede wurde er einfach komplett überrannt. Ähm, damit war so nicht zu rechnen. Warte mal, ich guck mal ganz kurz, äh, bisschen Platz haben wir noch. Damit war so in der Form nicht zu rechnen und jetzt, äh, ja, das, äh, ist eine sehr schöne Sache. Naja, jedenfalls, ähm, ist eine schöne Sache, aber leider auch. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass, äh, der nicht so überrannt bleibt, sondern dass wir da wieder irgendwie hinterher kommen. A, mit dem Verschicken und B, natürlich auch mit dem Nachproduzieren. Das ist, äh, gar nicht so leicht, wie es klingt, tatsächlich. So, jedenfalls, äh, war eine sehr, war eine sehr bewegte Woche. So, kriecht, kriecht es nur weg? Ja, sehr wunderbar. Cool. Dann haben wir nur noch die alten Schnetzel hier. Die, die alten Schnetzel, oh, die kann man auch noch mitnehmen. Dann mach ich jetzt mal eben schnell. Weil ich hab immer so ein bisschen Bammel, wenn hier zu viel rumliegt. Dass wir dann, ähm, dass wir dann E-V-T-L, ne, das ist ein bisschen wie bei Minecraft, dass es vielleicht auf die Performance geht. So, die brauchen wir, die Branches brauchen wir nicht zwingend. So viel Gatter machen wir nicht mehr. Ich hab noch eine Sache offscreen probiert. Ist allerdings schon ein paar Tage her. Ich wollte schon etwas früher aufgenommen haben. Hab's leider nicht geschafft. Und, ähm, heute ist quasi der einzige Tag, wo ich endlich mal wieder dazu komme, was eigentlich doof ist. Eigentlich müsste ich das viel regelmäßiger machen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich hab eigentlich aktuell immer doch ein bisschen mehr Bock darauf, äh, zu streamen. Muss ich zugeben. Das ist so... Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwie einen Tag übrig hätte und ich hätte die Wahl, dann würde ich eigentlich lieber... Ich weiß nicht. Hat sich irgendwie so eingeschlichen. Weil die Streams in letzter Zeit halt so wahnsinnig viel Spaß machen. Gerade auch mit der Interaktion und all... Wow. Wow. Alter. Keine Gefangenen, wa? Die machen hier keine Gefangenen. Alter Schwede. Boah. Hat hier einen Wumms am Leib. Okay. Genau. Gut. Dann... Ah. Ah ne. Der ist, äh... Der ist puto. Den kann ich nicht mitnehmen. Äh, der ist halt... Oh nein. Jetzt hab ich doch einen vergessen. Einen einzigen hab ich vergessen. Der steht dann noch. Ich wollte nämlich mal ein bisschen aufräumen hier. Das war eigentlich der Gedanke dabei. Komm, ein Branch finde ich noch. Dann hab ich den 16er Stack voll. Äh, was ist denn mit unserem... Ah ja, das wollte ich noch gucken. Hier liegt nix mehr, ne? So, mal ganz kurz gucken. Hier... Ich pack die Baumstämme. Ich hoffe, ich hab genug Platz für Baumstämme. Bin mir gar nicht so sicher. Ein paar Sportspinde... Gehen auf jeden Fall noch. Doch, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. So... La 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 la. Ich wünschte, ich könnte Shift klicken. Das würde einfach so viel Zeit sparen. So... Locker Stints. Und der da hinten... Passt noch exakte Mundo rein. Dann haben wir die genau voll. So, hier ist wieder... Hier ist wieder leer. Und ich krieg keine Samen da raus. Ich... I don't understand. I don't understand this. Why is this like this? So, dann geh ich erstmal... Das gießen, was einfacher geht. Also die Pflanze soll ja nicht umringt sein, ne? Was hier aber sehr schwierig ist. Weil selbst wenn ich irgendwo anders hin gucke, umringt ja die Pflanze. Und die Erde wird aber trotzdem dunkel. So, ich baller mal alles rein einfach. So. Dann sind die Tomaten auch bald soweit. Und dann probieren wir nochmal, ob wir das vielleicht doch hinkriegen. Dass wir da vielleicht ein paar Samen draus kriegen. Das ist so sch... Das ist so scheppig. So... Und auch hier soll man ja die Erde markieren. Nicht die Pflanze. Dauert 50 Liter lang. Und ganz ehrlich, das finde ich halt so unglaublich unlogisch. Ich weiß, dass es überlegs ist. Aber normalerweise auch wenn man hier hin gießt. Es müsste eigentlich überall wo der Wasserstrahl hingeht. Müsste eigentlich, ne? Oder wo man... Wo das optisch hingeht. Es ist ne Gießkanne. Es ist halt kein... Es ist halt kein zielgerichteter Gartenschlauch. Es ist ne Gießkanne. Und ich brauche für ein Feld brauche ich ungefähr 10 Liter. Ah... Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Da kann man noch ein bisschen optimieren. Wenn man mich fragt. Was man am besten nicht tun sollte. So... Ach ja! Ach ja! Ach ja! Äh... Äh... Assign Work. Cut down Trees. Eine Stunde. Ich weiß halt nicht. Soll ich jetzt das Gatter hier weg machen? Fallen die dann runter? Ich weiß halt nicht worauf die stehen. Für mich sieht's aus, als wären die halt einfach in der Luft. So... Was ich machen wollte heute eigentlich war ja... Äh... Ich wollte noch eine Sache ausprobieren. Dazu... Äh... Hab ich schon wieder vergessen was ich dazu brauche. Ähm... Ähm... Das war hier, ne? Ich wollte... Ne, kein Drying Rack. Ne, 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 ne. Da fall ich nicht noch mal drauf rein. Ist mir schon mal passiert. Ich wollte ein Tanning Rack machen. Acht Bretter. Sechs Leashes. Acht Nägel. Acht Nägel. Acht Nägel. Naja... Ähm... Ich mach mal... Ich mach mal hier. So. Ich mach das mal so. Nehm ich zwölf Nägel mit. Äh... Die Äste. Kann ich noch... Hab ich einen Schrank für Äste? Ne, ne? Ja, nein. Nein, ja. Ja, nein. Hab ich noch einen leeren Schrank? Nein. Hab ich noch einen Schrank, der einigermaßen leer ist. Hier vorne. Oh. Hätte theoretisch hier einen leeren Schrank. Aber die brauch ich natürlich. Huch. Can't reach there. Ja, dankes Gott. Das äh... Hat sich dann glaub ich auch schon erledigt. Wo ist denn das? Ähm... Hä? Ich hab grad eins da reingelegt und... Es sind drei geblieben. Hä? Hä? Okay. Merkwürdige Dinge gehen vor sich. Okay. So. Ich leg mal ganz kurz das äh... Den Kappes hier ein bisschen ab. Und ich weiß jetzt nicht, was ich mit dem einen Feuerholz machen soll. Ehrlich gesagt. Hier... Einfach ein Feuerhölzchen rein. Hier haben wir ja schon. Ähm... Wir brauchen ne Bretas. Bretas... Lalalalalala. So. Und es hat sich mir zugetragen. Ja, eine kleine Elfe hat mir dies eingeflüstert. Dass aktuell... Und klar, da hätte ich selber drauf kommen können. Wir haben ja schon ein Sägewerk da hinten mit Säge. Und die braucht aktuell keinen Strom. Auch wenn da ein Stromzeichen dran steht. Hätte man daraus ableiten können. Theoretisch. Hat vielleicht jemand nicht gemacht. Und hier... Saw Machine. Hier, ne? Braucht eigentlich Strom. Aber braucht sie aktuell halt nicht. So. Müsste ich eigentlich hinten zum Holz packen, ne? Ich dachte grad, die hat nen Helm auf. So, warte. Hallo? Ähm... Wieso? Okay, das geht aber. Hä? Jut. Hier kann man doch perfekt noch eine kleine Säge hinbauen. So, warte. So... Flubbi! Ähm... Dafür brauchen wir auch sechs Bretter, sechs Components. Sechs Components, zwei Gears, zwei Electric. Sechs Components, zwei Gears, zwei Electric. Sechs Components... Äh? Sechs Components... Sechs Components... La la la... Äh... Zwei Gear. Davon haben wir jetzt relativ wenig, ne? Von diesen komischen... Von den Elektrik-Karten. Früher hatten wir da ganz viele von. Und jetzt irgendwie gar nichts mehr. Und dann noch sechs Bretter. Aber die... Mach ich mit ner Säge. Dann nehm ich einfach die Säge mit und mach mir so viel wir brauchen. So... Okay... Sechs Bretter! Sechs Bretter! Also, also sechs. Dann nochmal acht. Okay, eine Stunde dreißig. So... Auch wenn's nebelt, kein Problem. Und jetzt... Oh, guck mal, man sieht sogar da drüben. Wir... wir spiegeln uns da... da im Fenster. Okay, und jetzt können wir hier Holz machen. Und es dürfte ein bisschen... leichter gehen. Hoffe ich zumindest. Wenn ich jetzt einfach mal wieder zwei Dinger nehme. Und wir machen jetzt mal hier Saw Machine. Und dann mach ich mal hier. Und dann mach ich mal da. Zwölf Stück kriegen wir jetzt raus. Das ist nice. Das ist sogar mehr. Und ich glaube, es geht sogar schneller. So, und es geht auch ohne Strom. Das ist sehr gut. Das finde ich fantastik. Unsere kleine Holzverarbeitungsecke hier hinterm Haus. Inklusive Garten. Der schon wieder sehr trocken aussieht. Sag mal, willst du mich verarschen? Was saufen die denn weg? Ich mein, das Ding sollte doch inzwischen fertig sein, oder? Also, glaub ich. Ich bin mir nicht sicher. Was saufen die denn weg? Heilige Scheiße. Okay, alles klar. Schlimmer als Ballermann-Touristen. Und hier ist auch wieder alles trocken. Heilige Scheiße. Okay, warte, warte. Dann, ja gut. Wir, wir, es dauert noch ein bisschen. Ähm, ne, 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 ne. Dann nehme ich hier kurz die Gießkannen. Jumpe ganz kurz rüber zu unserem See. Okay. Und ich hab das Ding noch nicht aufgefüllt. Okay, ich muss mir da, dafür brauch ich auf jeden Fall eine optimalere Strategie. Ist alles noch ein bisschen suboptimal. Aber wie gesagt, das Ding steht nicht bei uns am Haus. Damit wir mit den Eimern nicht ständig laufen müssen. Was sich inzwischen fast schon ein bisschen erledigt hat, weil wir jetzt auch mehr Eimer haben. Viel mehr Eimer. Ähm. Aber das ist der Grund, warum das Ding nicht am Haus steht. Viel mehr Eimer. So. So. Äh. Die sind alle auf 10 Liter, 10 Liter, 10 Liter. Unsafe, unsafe. Die sind schon voll. Die hier unten sind leer. So hatte ich das gemacht. Okay. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Da steht auch noch so ein Ding. Zwei sogar. Drei. Okay. Na gut. Wir haben wieder ein bisschen Schrank im Platz. Äh. Platz im Schrank. Können wir ja alles, können wir da alles reinballern. So. Dann lasst uns mal ganz kurz, äh, fill the bottle. Let's go. Dann hier. Hm, 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 hm. Sind ja 50 Liter. Da müssen wir zweimal gehen, weil die anderen Eimer gerade sowieso schon voll sind. Weil die da je... Weil wir die ja... Ähm. In unseren Destiller drüben reinschmeißen. Komisch, dass man da Gießkan halt nicht auffüllen kann. Das finde ich immer noch ganz merkwürdig. Na gut. So. So. Bitte schön. Bitte schön. So. Und was wir dann machen können. 75. Äh, da können wir auch den hier machen. So. Alles noch ein bisschen, alles noch ein bisschen rudimentär. Alles noch ein bisschen suboptimal. So. Und das hat genau gelangt. Und dann müssen wir das Ding immer wieder voll machen. Das heißt, wir müssen zweimal... Zweimal müssen wir das jetzt noch auffüllen, damit das Ding wieder voll ist. Fürs nächste Mal. Es ist einfach spannend. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das Feld halt so viel... So viel Wasser säuft. Weil ganz ehrlich. Wenn du da halt ein einigermaßen großes Feld hast. Angenommen, du hast später Tiere zu versorgen. Und NPCs. Ja, die NPCs wollen ja eigentlich auch was essen. Ähm. Und du machst da einen auf Selbstversorger. Ohne... Ohne große Bärenjagd oder so. Ähm. Sondern willst du einfach dein Zeug gesichert haben. Dann würde... Das würde ja ewig dauern, einfach nur Wasser zu holen. Oder... Oder alleine schon das... Das Gießen halt. Wie lang das Gießen dauern würde. Und dann brauchst du halt wirklich... Da brauchst du ja eine Standleitung. Gartenschlauch wär schön. Man fügt den einfach hier ins... Äh... Ins Wasser ein. Der Schlauch zieht sich über den Boden. Bis zum Garten. Hat dann eine Reichweite von so und so viel. Und dann kannst du da aber alles bewässern direkt. Das wär gar nicht mal so uncool. So... Und ich frag mich, wenn das Wasser unsafe ist... Dürften wir eigentlich nicht reingehen, ne? Also reingehen dürfen. Weil man schluckt da ja auch mal ein bisschen unsafe Wasser. Aber ich glaube trotzdem, man kann einfach darin schwimmen. Ohne dass es Probleme bereitet. So... Dann hier. Interact. Und dann müssen wir die nochmal voll machen. Das war nicht so schlau. Dann müssen wir die nochmal voll machen. Und die vollen einmal zurück nach Hause tragen. Sehr hohen Wasserverbrauch haben wir hier. Sehr hoher Wasserverbrauch. Und ich sehe gerade, es nebelt. Scheiße. Zum Glück hab ich das gerade noch gesehen. Na gut. Wir setzen uns auf den Stuhl und warten eine halbe Stunde. Die beiden werden uns schon retten. Unsere siamesischen da drin. Äh ne, ich will nicht schlafen. Ich werd einfach... Ich werd mich einfach hinsetzen. Und dann warte ich einmal hier eine halbe Stunde. Ich warte eine Stunde. La 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 Darf ich kurz? So. Dann mach ich das eben noch zu Ende. 1538. Können heute eh nicht mehr viel machen. Ah, manchmal muss man einfach die Basics ein bisschen auffrischen. Es hilft ja nix. Ihr wisst ja wie es ist. So, Interact. 10 Liter. Dann hier. Den mach ich noch voll. Dann holen wir uns noch das restliche Wasser. Und bis dahin ist das Feld wahrscheinlich komplett vertrocknet. Weil wir den ganzen Tag nur mit Wasserschöpfen verbringen. So, dauert immer irgendwie 3 Minuten oder so, wenn ich das richtig sehe. Ja, sieht so aus. 3 Minuten. Obwohl ich nicht genau weiß, was da 3 Minuten lang dauert, du musst den Eimer eigentlich nur kurz durchziehen. Das ist ja alles, was du machen musst. So, sieht schon wieder nebelig aus. Aber ist wohl nix. Jut, das haben wir gemacht. Dann kann ich mit den vollen Gießkannen eben mal schnell, da haben wir ja schon. Dann machen wir hier mal eben, äh, diesen hier. Mal gucken wie lang das jetzt hält. Ich mein, denk dran, da sind immer noch 2 Tomaten, die immer noch grün sind. Kein Nebel, okay. Nein. So. Oh. Okay, sieht ja richtig aus wie ne schöne Kackwurst. Dann, kommen die Gießkannen hier rein. Lalalalala. Wir haben 12 Liter, haben wir hier rausgeballert. Und da drüben bei der Wasseraufbereitung. Ich glaube, wir müssen aktuell gar kein Wasser aufbereiten, ne. Wir haben, glaube ich, noch übrig. Hier ist noch voll und wir haben hier, glaube ich, noch 16 Liter pro Dingens haben wir noch drin. Ähm, also müssen wir gar nichts aufbereiten. Ich pack die, ich pack diese Schmuddeleimer einfach mal hier rein. Guck mal, hier 2 Liter. Widerlich. Oh, das Gute ist, wir haben keinen leeren Eimer. Wir können also das Wasser gar nicht abschöpfen. Es ist unmöglich, weil alle Eimer sind jetzt, äh, sind jetzt voll mit Schmutzwasser. Wir brauchen erst wieder leere Eimer. Haben wir welche drin? Ne, ne. Wir brauchen erst wieder leere Eimer, um das Wasser da rauszuholen. Aber das dauert ja eh noch ein bisschen. Und hier haben wir, glaube ich, noch... Naja. Okay. 2, 3, 4. Dann machen wir hier auch nochmal schnell. 1, 2, 3, 4. Dann mal ganz kurz folgendes. Einmal kurz hier trinken, bis genug ist. Drink up until enough. Drink up until enough. So. Da war unser gestärktes Hemdchen drin. Ich mach mal ganz kurz den hier. Und dann machen wir uns mal wieder das hier. So. 4 Stück können wir machen. Dauert 40 Minuten. Der Tag ist rum. Der Tag ist gegessen. Dafür haben wir wieder schöne neue Bandagen. Und, äh, sind auch ein paar Hemden losgeworden. Ist doch auch schön. Doch, ist richtig. Okay. Wir sind 8 Hemden losgeworden. Alles klar. Also 8, äh, Handtücher. Ähm. Dann würde ich nochmal ganz kurz eben den hier machen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich die überhaupt sammle. Weil aktuell, wir brauchen die irgendwie nicht so wirklich. Wir haben immer mehr Bandagen. Ich hab noch nicht... Vielleicht hab ich eine verbraucht? Ich weiß es gar nicht. So. Ich wollte mich aber schon mal vorbereiten. Und zwar... Wollten wir... Nein, ich bin schon wieder falsch. Hier. Ähm... Das haben wir, das haben wir. Wir brauchen 6 Lashings. Haben wir denn überhaupt noch Lashings übrig? Nicht ein einziges Lashing haben wir übrig. Und ein Lashing brauchte was? Acht Blätter und... Oh Gott, 6 Treebark. Alter, das ist teuer. Okay, weißt du was? Solang noch Licht da ist, mach ich mal folgendes. Ähm. Ähm. Äh. Warte. Solang noch Licht da ist, machen wir folgendes. Äh. Wir holen uns mal ganz kurz eine Machete raus. Und dann gehen wir mal ganz kurz eben... Gehen wir mal Lashings sammeln hier. Flimm. Flamm. Flumm. Flimm. Flamm. Flumm. Ich brauch Doppelbäume unbedingt. Aber der Scott hat die Doppelbäume, glaub ich, alle rasiert, ne? Ich glaube, der hat die alle kaputt geschlagen, der Scott. Dieser Brutalo. So. Lalalalalalalalalalalalalalala. Haben wir hier noch irgendwo ein Doppelbäumchen? Da drüben. Das sieht doch... sehr doppelig aus. Da sparen wir ein bisschen Zeit. Da kriegen wir mit gleichem Aufwand doppelt zu viel raus. Siehst du, da fliegen immer zwei raus. So. Da hinten seh ich gleich die nächsten Doppelbäumchen. Ich glaube, das war's. So... La 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 la. La. Wo sind die nächsten Doppelbäumchen gewesen? Die sind hier hinten. Ich hab die auch gesehen gerade. Doppelbaumchen? Ah, leider nicht. Was sind das? Willst du mich verarschen? Das ist doch, das ist doch jetzt ein Hohn. Was ist das für eine Reichweite? Wie kann, wie weit kann das Feuerholz fliegen, bitteschön? Alter! Okay, keine Doppelbäumchen. Hier, Doppelbäumchen, komm. Sind das immer zwei, die da fliegen? Ich glaube, jetzt fliegen jetzt zwei. Ja, das war nicht so gut. Na ja, das war suboptimal. Na gut. Dimm, flamm, flimm, flamm, flumm, flimm. Okay, das war's. Sooo. Das Zeug brauchen wir ja eh, normalerweise, wenn wir, wenn wir destillieren wollen. Aktuell brauchen wir gar nicht destillieren. Oh, hallo, da kann ich nicht nein sagen. Tut mir leid. Oh nein, Stamina. Stamina, alter Kumpel, lass mich nicht im Stich. Nein, Stamina. Nein, Stamina, nein, Stamina, nein. Please don't run out. Aber ich glaube, wir sind eh, wir sind durch mit dem Baum. Und ich hoffe, wir haben genug. Diese Lashings sind einfach der teuerste Kack. So. Für Federn wurde mir auch dieser Tipp gegeben, Hühner zu jagen. Das wollte ich eigentlich nicht. Aber wenn's nicht anders geht, dann müssen wir wohl Hühner jagen. Äh, wahrscheinlich hinten in unserem Gebiet, da, wo wir die Hühner gefangen haben. Woanders hab ich noch nicht gesehen, die Viecher. Ähm, wie sieht's denn aus jetzt? Oh ja, paar haben wir ja. Okay. Gut, also die können wir effektiv ernten. Und dann Federn bei Hühnern soll's ne Menge geben. Also soll man mal gucken. Unsere würde ich nicht unbedingt gerne schlachten. Weil die mag ich schon ganz gerne. Ähm, so warte. Für Lashings brauch ich noch Blätter, ne? Warte, hier. 32, 32, 32, 32. Mal gucken, was passiert. Äh, Lashing. Da haben wir ja, ein paar können wir ja machen. 2 Stunden 30. Wir werden verhungern. Nur 10 Lashings. Ich sag's nur, ne? Es sind nur 10 Lashings, die wir machen. In 2 Stunden 30. Alter. Alter. Die sind halt alle, die sind alle im Mund geklöppelt, glaube ich. So, okay. Mal kurz Licht anmachen. Die Gatter sind wieder alle total verdreht. Äh, haben wir denn jetzt Besuch hier draußen? Ich hoffe nicht. So, dann lass mal kicken. Äh, das sind gute 95er. Und hier haben wir 74er. Lalalala. Zwei. Ich glaube, 4 Stück können wir uns einfach mal gönnen, ne? Heute ist einfach... Heute schlagen wir aus den Vollen. Heute kloppen wir uns richtig die Wampe voll. Haben wir uns einfach verdient. War ein harter Tag. So. Boah. Alter, hab ich mich ja schon. Ich geh in die Küche zum Essen. Wie das normale Menschen machen. Ich könnte hier auch nen Tischchen bauen eigentlich, ne? So nen kleinen Esstisch. Wär vielleicht auch mal ganz schön, dass es hier mal ein bisschen wohnlicher ist. Mega unnötig, aber eigentlich wärs ganz schön. So, esse esse. Wird... isst nicht ganz viel. Hey, esse. Naja, aber 4 Stück müssten hoffentlich reichen. Sieht ehrlich gesagt ganz gut aus. Wollt mir richtig die Wampe vollschlagen gerade. Und ehrlich gesagt... Ich glaub, das hier braucht man nicht, aber... Heute, ganz ehrlich, es ist Halloween. Süßes das auch ist, hier hast du ne... hier hast du einfach ne Wurst. Hm. Dann trinken wir hier nochmal. So, wir haben 10 Lashings. Die reichen übrigens auch aus für das, was wir vorhaben. Das tue ich hier hinein. Und hier würde ich jetzt eigentlich diese Dinger hinein tun. Nja, ich glaub, davon haben wir ein bisschen viel jetzt. Aber kann man davon überhaupt zu viele haben? Ich sage nein. So, die Blätter waren im zweiten. Alles klar. 32, 32, 32. Dann, zack. Federn haben wir ganz wenige da. Könnten wir uns auch noch welche holen. Die Säge brauche ich erstmal nicht mehr. Die kommt dann wieder hier rein. Zack. Und eigentlich auch... Eigentlich auch die Nummer 4. Hat auch ein bisschen gelitten. 22,3. Die hält nicht mehr lange. Aber hat sich gelohnt. Ne Axt? Brauche ich ne Axt? Ich weiß es gar nicht. So, lass mal gucken. Was brauchen wir denn dafür? Brauchen wir doch für nen Hammer. 100 pro. Wenn man Nägel braucht, brauchen wir... Normalerweise war die Logik immer so, wenn man Nägel braucht, braucht man auch nen Hammer. Und wenn man Bretter hat, braucht man vielleicht ne Säge nicht unbedingt. Aber nen Hammer für die Nägel wär immer ganz ratsam. Hier treiben wir die Nägel einfach mit unserem Handballen rein. Immer so... Das ist... Scheint mir... Authentisch zu sein. Wurde grad autistisch sagen. Wäre aber falsch gewesen. So... Ein Tisch. Dining Table. End Table. Einen großen Tisch gibt's hier nicht. Hier gibt's nur diesen hier, ne? Ich mein, wir gehen heute eh nirgends mehr hin, ne? Wir können morgen wieder neue Bretter machen. Das ist jetzt nicht so... Nicht so der Mega-Aufwand. Komm, wir machen einfach mal ein Dining Table. Wup 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 Wup. So, da wird gedeint. Und theoretisch kann man da noch zwei Stühle dran machen. Moven kann man ja auch noch ein bisschen. So... Dann können wir hier alle ganz gemächlich sitzen. Und da... äh, dinieren. Hab hier nie Möbel und sowas. Also hab ich... Ehrlich gesagt total vernachlässigt hier immer. Hier so Küchenstuhl 6, 4, 8, 6 Könnte ich sogar noch machen, Nägel haben wir ja auch genug Aber ich glaube Dieser Stuhl passt noch besser, ne? So, warte Wenn ich da mal so einen hinstelle Eigentlich müssten dann zwei Stühle hin Wenn wir ehrlich sind So Kleiner Esstisch, da müssten eigentlich Zwei Stühle hin Eigentlich sind wir auch vier Leute, dann könnten vier Stühle dahin Einer steht mal ein bisschen weiter abseits und so weiter Aber ich möchte jetzt auch nicht so unnötig Vieles Material rausballern Besuch haben wir nicht, ne? Alles noch relativ ruhig Schlafen die jetzt eigentlich auch in der Luft? Ach, das ist aber nur noch sie Und Ich glaube ihre Hose ist kaputt, ich bin mir nicht ganz sicher Ja, ihre Hose Ist etwas ranzig, möchte ich sagen Da muss aber dringend, hallo ich kann nicht aufstehen Jetzt, äh, da muss aber dringend mal Neues Stöffchen her Aber wo schläft denn, wo schläft denn Scott? Oh, der konnte sich wieder befreien Okay Es bleibt spannend Mal gucken, wie es da weitergeht Ähm, ich würde vielleicht, es ist 23 Uhr kommen Ich geh, ich geh auch erstmal pennen So Heute alleine, weil unsere Herzensdame In der Luft schläft Äh, sechs Stunden Werd ich geweckt Ich hoffe nicht Nein Wir konnten einfach durchschlafen Das ist einfach der Dream Ja, dann würde ich sagen, einen wunderschönen guten Morgen Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Ich würde, wie gesagt, gerne noch eine Sache machen Die hat mit der Mine zu tun Ähm Mit der neuen Mine, also mit der Old Mine Die würde ich gerne noch machen Und naja, so Kleinigkeiten, wie hier mal ein Tischchen bauen oder so Ist auch ganz nett Oder mit dem, mit der Säge und so Ist ganz liebreizend Aber brauchen, braucht man das natürlich nicht unbedingt schön Wenn man das mal gemacht hat Einen Wall könnten wir hier noch drumrum bauen Aber jetzt haben wir natürlich einen beim Banditencamp gebaut Weiß man jetzt auch, wie das funktioniert Ähm Ich könnte jetzt 50 Folgen lang noch unseren Garten wässern Ich glaube, röter als das da werden die eh nicht Die Tomaten Das mit dem Garten scheint mir alles noch ein bisschen Merkwürdig zu sein, wenn ich ehrlich bin So Hier kann ich auch nur die Pflanze markieren So Bzw hier markiert da glaube ich auch beides Also das Ja, naja Ich hätte einfach so komischen Dinger weitermachen sollen Ich hätte hier gar nicht so ein Feld anlegen sollen Ich glaube, die sind noch nicht so weit Gut Leckt mich am Arsch, ganz ehrlich Das ist, oah Lecko mio fetto grande Ok Das ist die Pflanze Planten dann, wir haben gerade das Feld gegossen Es hat nicht, es hat sich nichts getan Jetzt tut sich langsam was Alter Das ist halt völlig übertrieben Ok, na gut Na gut Ah, naja Ich frage mich, ob die irgendwann vergammeln Ob die irgendwann schlecht werden So Was wir noch brauchen Ganz kurz Wir brauchen noch eben Wir haben nicht mehr genug Bretter Sechs Bretter, das müsste eigentlich exakte Mundo hinhauen Zehn Minuten Das nehme ich gerne mit So Acht Bretters Nägel brauchen wir denn noch Äh Zwei Äh, vier Nägel brauchen wir noch Vier Nägels Lalalalalala 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 Wieso laufe ich hier hin Ich bin relativ doof Die Nägels waren Ne, hier wollte ich den Hammer rein tun Weil den brauchen wir aktuell nicht Und die Nägels waren Die Nägels waren Hier drin Da Vier Nägels brauchen wir noch Ich mach mal einfach Split Half Nehm die hier mit Lass die hier hier Warte mal, ich will mal kurz was gucken Wenn wir schon mal dabei sind Wenn wir schon mal dabei sind So Ich nehm die einfach mal mit, kann er nicht schaden Und hiervon nehm ich auch noch mal mit Kann sein, dass wir die eventuell brauchen Ja Ja ichkk Okay Okay, ach guck mal hier sind noch 3 Bretter, cool Ääähm Okay Wie siehts aus? Hunger Durst geht alles Trotzdem snatch ich mir bei Hunger Durst Ichacularett mir eine Wurst So So viel werden wir nicht brauchen, ich nehm es trotzdem mal mit Und Und kann ich jetzt schon eine essen? Ne, lohnt sich noch nicht. Durst könnte ich aber schon mal voll machen. Und mir schon mal Wasser mitnehmen. So, einmal ganz kurz auffüllen, bitte. So. Vielen Dank. Dann. Ich glaube, die angespitzten Dinge hatte ich schon mitgenommen, ne? Oder warte, die waren noch nicht angespitzt, die muss ich da anspitzen. Ähm, wenn ich die mache, dafür brauche ich ein Messer. Messer haben wir dabei. Okay, das heißt, wir können eigentlich schon mal driven. In der Hoffnung. Ich bin ja doof, ich wollte die Folge beenden. Ich wollte schon längst die Folge... Oh. Auch schön. Das ist ja... Ja, äh, ich wollte die Folge beenden. Dann, äh... Hupsi. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das, äh, war jetzt doof. Normalerweise immer mit dem Morgens. Habe ich aber ganz vergessen, diesmal. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns, äh, hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao mit V. Tschüss. Hier kann ich nicht nach oben gucken, leider. Äh, guck mal mal hier. So. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020